Aussteigen, aussteigen, mitnehmen, ich, 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 war nicht so gemeint, es war nicht, doch, das war so gemeint, das war so gemeint, das war so gemeint, geben Sie mir einen Schlüssel, geben Sie mir einen Schlüssel. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal des Hundes, wir sind wieder berg am Start mit Karl-Heinz und heute, liebe Leute, werden wir mit Karl-Heinz den guten, alten, legendären 1000 PS Golf zusammenbauen. Wer ihn noch kennt, schreibt es in die Kommentare, ihr wisst Bescheid, Leute. Gute alte Legende kommt zurück, ich hab auf jeden Fall richtig Bock drauf und wenn ihr es noch nie wusstet, Leute, lasst komplett kostenlos ein Abo da, würde mich sehr hart freuen, kostet auch nix, aktiviert das Glöckchen ebenfalls, würde mich saumäßig freuen und lasst diesem Video eine positive Bewertung da, damit wir ein bisschen mehr Karl-Heinz nach oben pushen, ich würde sagen, wir starten durch und ab geht's. Ah ja, wer erkennt eigentlich noch das Haus hier, wer erkennt das Haus hier, wisst ihr noch die, die gute alte Real-Life-Mod, da ist jetzt Karl-Heinzs Haus, so ist es, die Eltern von Karl-Heinz wohnen jetzt hier, perfekt. So, ich suche nur noch ein Fahrrad, da ist es. Fahren wir direkt mal zum Auto, ich hoffe, ich habe genug Geld, wobei wir müssen eigentlich genug Geld dabei haben und ich hoffe, ich hoffe, die Cops werden nicht ganz so angepisst sein, weil das wird wieder wirklich ein 1000 PS Bild, das heißt, das Ding wird richtig, richtig schnell. Oh, wobei, ich brauche Rubbellose, ich brauche Rubbellose, bevor ich loslege, ich kann ja nicht ohne Rubbellose loslegen. Aui! Blöder Tesla-Fahrer, komm, seht so, dass du Land gewinnst. Das Gute ist, wir müssen nicht tanken fahren, aber wir fahren mal rein in den Laden. Ja, ich habe durch gesagt in den Laden. So, wir holen uns Rubbellose. Ja, alles gut da hinten? Ist ja alles gut, der Herr. Einen wunderschönen guten Morgen. So, ich brauche Rubbellose. Oh, 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 alter. Falsch mit ihm. Was ist denn falsch mit ihm? Aui. Oh, 1000, 1000, das ist gut, das ist sehr gut. Gewonnen, 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 gewonnen. Ja, ja, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Ab geht's. Ich komme nicht mehr raus. Ich muss ja raus. Ist ja vielleicht irgendwo ein Auto offen, was ich jetzt schneller rüberkomme, weil ich müsste jetzt alles bis zum Verkauf herüberfahren. Aussteigen, aussteigen, mitnehmen. Ach nö, ach nö, ach nö, nee, ich war nicht so gemeint, es war nicht, ach doch, das war so gemeint, das war so gemeint, das war so gemeint. Geben Sie mir einen Schlüssel, geben Sie mir einen Schlüssel. Okay, ich fahre auf den Drahtesel. Äh, die Leute hier sind ein bisschen, ich weiß, ich weiß, woran es liegt. Die Leute haben einfach keinen Bock auszusteigen und mitzunehmen. Ich meine, wenn ein Kind alleine auf der Straße ist und da rumrennt und nach Hilfe schreit, ich würde es auf jeden Fall mitnehmen. Fahnenwänder, Fahnenwänder und noch viel mehr. Entschuldigung. Tschöp, 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 tschöp. Oh, Entschuldigung, tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Aufpassen, die Dame, bitte. Dankeschön. Entschuldigung, die Dame. Hier ist ein Fahrradweg. Die Damen, hier ist ein Fahrradweg. Was ist denn hier los? Äh, Totalabsperrung. Perfekt, da fall ich rein. Was ist denn hier gerade? Boah, cool. Boah, cool. Ich mach gleich mal ein Foto hier. Oh, echte Polizisten im Einsatz. Oh, guck mal. Karl-Heinz. Oh mein Gott, erschrecken Sie mich doch nicht. Das ist ganz gefährlich. Geh mal hier bitte raus. Aus dem Schwergebiet. Ist das ein Sperr? Achso, wusste ich nicht. Das ist ein Sperrgebiet, ja. Das ist ein Sperr. Ich geh schon weg, tschöp. Ja, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Holen wir unseren Golf ab und dann tun wir den volle Kanne auf. Aber volle Kanüle. Ich denke mal mit 50.000 kriegen wir unseren 1.000 PS Golf schon hin, oder? Soll ein bisschen kompakt sein, der Golf. Da müsste er. Hier ist er. Golf 4, ja. Der gute alte Golf 4. Und daraus machen wir jetzt ein 1.000 PS Monster. 5.000 Dollar ist gebongt, ist gekauft, das Ding. Und Karl-Heinz zieht mal wieder nicht übers Lenkrad. So wie immer halt. Perfekt. Dann fangen wir mal tunen. Ich veräxte die Tunengarage, wo nicht so viel los ist, weil die Cops haben ja gerade eh zu tun. Anmelden tun wir den Wagen sowieso nicht, weil das Ding ist sowieso illegal mit Karl-Heinz. Hier muss auf jeden Fall Tifi sonst was. Getriebe, Motor, Pantzwung, alles rein, was geht. Dann hatten wir einen Blau-Bar, der 1.000 PS Golf war. Den haben wir blau lackiert gehabt. Da kommt wirklich eine lebende Legende zurück. Das finde ich richtig geil. Das war so ein ganz krasser Mischmasch aus Blautönen. Man kann das Krum wegmachen. Das ist ja mal geil. Ich glaube, ich lasse ihn sogar krumm so. Jetzt die Anbauteile. Also erstmal einen fetten Auspuff dran. So muss das. Ich meine, wir machen ja einen 1.000 PS Monster draus. Da machen wir schon mal Straight-Pipe-Auspuff dran. Ja, dann Frontstoßstange. Das muss richtig krank aussehen. Habe ich schon erwähnt, dass das Ding 1.000 PS haben wird. Heckschürze darf auch low sein wie sonst was. Eine Motorhaube. Ja, die darf schon böse aussehen. Die darf böse Seitenschwelle auch. Das Tiefste, was geht, natürlich. Ich hoffe, der hebt ja nicht ab auf der Straße, weil der Seitenschweller halt hier unten schon etwas tief ist. Schon tief angesetzt. Und Heckspoiler würde ich fast behaupten. Da tun wir sogar... Sollen wir den Understatement lassen oder tun wir den in der fetten drauf? Er kommt aber schon mit einem fetten Spoiler drauf. Passt. So, dann haben wir das gemacht. Jetzt brauchen wir noch fette Felgen. Genau. Felgenfarbe. Die waren schwarze. Ich kann mich auch erinnern, da sind schwarze Felgen dran. Boah, Alter. Wie das aussieht, ey. Alter, die sehen irgendwie gefährlich aus. Ich finde, die sehen richtig hart gefährlich aus. Das sieht halt echt schon mal krank aus. Aber der Wagen hat noch keine 1000 PS. Das war erst der normale Tuner hier. Den werden wir gleich nochmal ausfahren und mal schauen. Aber hier ist gerade überall Polizei, Alter. Überall Cops gerade. Aber ey, der Wagen sieht ja mal richtig geil aus, ne? Oh, der Sound ist ja mal krank. Alter. Da ist der Anstrengung. Bruder. Mit R1 hinterher. Gibt euch das mal. Wir haben gar keine Zeit heute für Karl-Heinz. Das ist gut für uns, weil so können wir alles mal vorbereiten, bevor wir uns anhalten. Und ich dann richtig Probleme kriege. Wisst ihr, was fehlt? Ne Programmierung für Backfire fehlt. Das bauen wir aber auch noch ein. Wir machen da auch noch Programmierung für Backfire. Ja, das ist hundertprozentig ein Polizist. Und ich will jetzt nicht aussteigen. Weil dann bin ich gewuppelt. Dann war es das für mich. Ich hoffe einfach, dass das jetzt... Ist das so ein Problem? Das ist sicher ein Problem. Ich weiß gerade nicht, ob das ein Polizist ist. Ich habe gerade so Angst. Oh, da ist ja noch ein Polizist. Ich stehe da gefühlt seit 10 Minuten rum und werde nicht bedient. Wenn ich nicht bedient werde und keiner kommt, dann müssen wir wohl selber Hand dranlegen, würde ich mal sagen. So, bauen wir mal ein anderes Ding, ne? Aber jetzt mal selber. Wie machen wir das am besten? Also erst mal das Ding hochschraubeln. So, dann erst mal aufdings in das Teil. Ich habe wieder gelernter Automechaniker. Oh nee, da ist ein Marshall vorne. Hoffentlich ist er nicht ends, Alter. Wenn ich hier rausfahre. Oh nein. Oh nein. Oh nö. Pfannenbänder und noch viel mehr. Hallo. Dein Auto ist nicht angemeldet und versichert, ne? Ich bin nur auf Privatgrundstück. Das ist okay. Ja, aber sobald du hier gleich runterfährst, bist du nicht mal auf Privatgrundstück. Jetzt fahre ich ja auch hier gar nicht runter. Okay. Die Frage ist, schaffe ich, dass ich da drunter komme, weil da vorne? Wobei da vorne ist, glaube ich, ein Cop oder so. Die warten doch, bis ich hier rausfahre, oder? Sonst kriege ich die 1000 PS nicht hin, Leute. Wenn ich da, als ich hinkomme, dann kriege ich den Umbau nicht. Ich muss den dort umbauen lassen. Wobei, er hat gesagt, ich darf nur nicht auf Straßen fahren, oder? Ich bin Fußgänger. Ey, der Wagen erinnert mich immer so ein bisschen an Need for Speed Underground so ein bisschen. Da hattest du das erste Wagen, konntest du den Golf 4 auswählen. Das ist eigentlich eh voll das geile Auto, so, ne? So, wir sind da, Haupt zum Tuner. Dann hoffen wir mal, dass wir hier die Sachen eingebaut bekommen. So, fertig. Dann gucken wir uns das Ding mal an. Ist das ein echter VR6-Motor drin? Und dann ist der so langsam, oder ist das nicht nur so eine Blende drüber geklebt, oder so? Weil das Ding ist so langsam. Gut, dann fangen wir mal an, machen wir das Ding mal fertig. Auf geht's zum Motorumbau. Das ist schon der alte, der alte, was ist das hier nochmal? Käfermotor, der schon hängt. Der kommt dann hier rein, Spaß. Aber schön wär's. So, dann werden wir mal anfangen. Neue Turbolader einbauen. Zwei neue Turbolader bauen wir ein, volle Kanne, volle Kanüle rein da. Karl-Heinz wird damit die Tuning-Geschichte schreiben, ja? So, Turbolader fertig eingebaut, die zwei Stück, das passt. Und dann brauchen wir jetzt noch ganz frisch aus dem Hause unseren fertig kodierten Tuning-Chip. Den müssen wir jetzt einbauen. So, der Tuning-Chip kommt da in die Ecke rein, jawoll. Oh, hätte ich fast vergessen. Wenn wir schon kodieren, dann kodieren wir aber gleich nochmal die Zünd-Aussätze ein. So, Leute, Tuning-Chip eingebaut. Das Ding müsste jetzt abgehen wie sonst was. Eins fehlt noch, wir müssen noch das Anti-Lag einbauen. Zack, Anti-Lag ist jetzt auch noch an. Bitte, wir müssen uns das einmal anschalten. Dann machen wir jetzt erstmal alles zu. Ich hoffe, das Ding wird uns jetzt nicht direkt um die Ohren fliegen. Ich mache jetzt alles erstmal zu. Also, ich merke bis jetzt noch keinen Unterschied. Aber wir sind ja noch gar nicht angefahren, das ist ja das Ding. Wir sind ja noch gar nicht angefahren. Oh, oh, okay, da draußen hat man's, okay. Oh, Alter, der zieht ja mal... Alter, der zieht ja mal ganz anders weg. Die Reifen drehen durch. Der Wagen hat so viel Leistung, dass nur die Reifen durchdrehen. Das hört sich nach 1000 PS an. Jetzt müssen wir das Ding nur noch ausfahren. Am besten die E auf der Brücke vielleicht. So, da fahren wir mal drüber. Schauen wir uns das mal an. Ich mache mal Warmblinke an. So, Nitro haben wir auch drin. Wir machen mal die Einspitzung rein. Alter, ich kann den kaum steuern, weil der so schnell ist. Alter. Der schiebt einfach nach vorne. Boah, Alter. Der Wagen ist dafür nicht ausgelegt. Nur das ist irgendwo. Der Wagen ist dafür nicht ausgelegt. Aber das Software können wir nur was... Oh, Alter, ist das laut. Ich habe jetzt mal das Anti-Lag ausgemacht. Wir müssen es vielleicht noch ein bisschen... Wir könnten ihm noch ein bisschen mehr Power geben. Ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Dann fangen wir mal rechts dran. Machen wir noch mal die Codiereinstellung fertig. Machen wir die noch mal ready. So, Wagen ist jetzt unkodiert. In der Theorie... Ich habe jetzt ein bisschen mehr aufgepustet, das Ding. Müsste jetzt ein bisschen mehr Leistung haben. Aber das heißt, je mehr Leistung, desto mehr drehen noch vorne die Reifen durch. Das heißt, das wird jetzt... Ich fahre zwei Meter an und das Ding scheitert es schon hinten aus dem Ausflug vor. Oh, das wird jetzt schwer. Das wird jetzt ganz schwer, da mitzufahren. Ja, okay, es dreht einfach noch mehr durch. Es ist einfach noch lauter, das davor. Oh, mein Gott. Alter, die Beschleunigung. Huch. Guck mir, schaut hier. Ich glaube, jetzt werde ich gleich festgenommen. Wegen zu lautem Fahrzeug und zu schnell. Er funkt schon durch, jetzt kriege ich Probleme, Leute. Aber nicht mal eine Highspeed müsst ihr mit mir mithalten können, weil das Ding halt zu krank schnell ist. Ja, wir stehen an der Palito Tankstelle, das habe ich schon richtig gehört. Servus. Hallo. Was ist denn los, Herr Officer? Herr Marshal? Ja, Patrick ist nicht angemeldet und nicht versichert. Ich weiß. Und sie fahren damit auf Straßengelände und deswegen konzipiere ich jetzt einmal dazu. Wollen Sie mal hören? Nee. Das sieht auch ganz schön gefährlich aus im Auto. Äh, ich glaube, ich habe den Auspuff falsch angebaut irgendwie. Ich glaube auch. Das sieht irgendwie aus, als wäre das im Auto. Das ist auch irgendwie im Auto. Ich muss dann aber bald mal weg, weil ich habe heute mal Hausaufgaben zu machen. Ja, warte noch ganz kurz, bis die Kollegen da sind. Ich probiere zu driften, aber es geht nicht. Aber rückwärts driften geht. Warten Sie mal, rückwärts geht. Gucken Sie mal. Ich probiere mein Bestes, ich schwöre. Ich zeig mal lieber auf, nicht, dass wir hier in eine Tankstelle reinfahren. Wie in eine Tankstelle reinfahren. Ja, das wäre blöd. Das machen doch nur blöde Leute, in eine Tankstelle reinrasen. Wobei, warte, ich müsste hier eigentlich die Dings aufmachen, die Fenster. Guck, sehe ich aus, wie ein richtiger Prolet. Ja, positiv, wir stehen noch hier. Positiv, wir sind noch hier. Was kommen jetzt die Kollegen dazu, weil er nicht angemeldet ist? Oder wie ist das Problem? Die, die kommt jetzt. Ja, das haben wir aber ganz schnell geregelt. Wenn du bist, die Kollegen da sind, hätte ich noch 15 Mal abhauen können. Da sind die Kollegen. Ah, das sind die Kollegen, cool. Ja, ansonsten fahren wir ihn halt nach, ne? Ja, wird aber schwer. Ich habe 1000 PS unterm Rücken. Nimm. Nimm. Hören Sie mal meinen Auspuff, hören Sie mal. Karl-Heinz, bleib mal ein bisschen schnell. Ich würde mich ja jetzt nicht als Auto-Experte bezeichnen, aber ich glaube, der Auspuff ist nicht legal. Ich glaube, der Auspuff ist etwas zu laut. Sieht auch nicht ganz so gesund aus, der ist auch im Auto. Ich glaube, mein ganzes Auto ist gerade nicht legal, der ist nicht mal angemeldet. Steig mal auf, Karl-Heinz. Ja, jetzt muss ich aber gucken, weil ich muss jetzt weg. Tschüss. Und da sind sie weg. Das Ding ist so schnell, Alter. Guck, wie weit weg die sind. Die haben ja gar keine Ahnung, wie schnell dieser Golf ist. Die denken sich, habt ihr gerade gesehen, die haben nicht mal eine Highspeed gerade geholt, weil die gedacht haben, ja, ganz normaler Golf. Wird schon nicht so schlimm sein. Und jetzt nochmal mit dem Tor hier durch, Alter. Jo. Ich räume es gerade so, weil das Ding so unauffällig ist. Gebt euch das mal. Bin gleich mal 400, Alter. 400. Ja. Wer liebt laute Autos? Einmal bitte unten in die Kommentare ein großes Herz rein. Ich liebe laute Autos nämlich auch, genauso wie ihr. Oh mein Gott. Wir wollen es erstmal hier verstecken. Ich glaube, die kommen hier vorbei oder wie die hier vorbeikommen. Hat er mich gesehen? Ich glaube, das hat mich gerade gesehen. Augen zu durch. Komm. Ja. Aber wie die strugglen hinten. Die strugglen richtig hart gerade. Er fährt sich halt nicht gut, weil er immer gerade ausfahren möchte. Aber die Cops kommen nicht hinterher. Keine Chance. Oh, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, ey. Ja. Ich bin so am Struggle mit der Kiste gerade zu fahren, ne? Der Struggle ist halt wirklich gerade real. Ich muss auf die Autobahn, Leute. Dann ziehe ich die ab. Ich muss wieder zurück auf die Autobahn. Das bringt sich nichts. Hier in der Stadt habe ich echt ein großes Problem, weil das Ding immer gerade fahren will. Weil die Reifen so durchdrehen. Und es ist so dermaßen laut. Jetzt haben sie einen Highspeed dabei. Jetzt haben sie einen Highspeed. Und die wird ja nichts bringen, wenn ich da volle Kanne durchziehe mit der Kiste. Jetzt ziehe ich durch. Jetzt ziehe ich durch. Jetzt ziehe ich durch. Jetzt hole ich sie weg. Ja. Jetzt bin ich gleich weg. Und jetzt ziehen wir durch. Wollen wir den Herrn Nitro rein? Ja. Was? Ist das geil, dass wir den Kompressor eingebaut haben. Jetzt aber rausziehen. Ja. Volle durch. Ja. 400. Ey, so viel extra die schon lange nicht mehr. Und so viel Spaß vor allem. Mit dem Vogel, Alter. Der ist richtig. Aber so schwer zu steuern, das Ding. Es ist halt echt. Also wenn ich da irgendwo jetzt reinfahre, würde es mich nicht wundern. Aber die holen halt überall Backup, ne? Und das ist jetzt gesehen. Ich hoffe, die haben das jetzt nicht gesehen, Alter. Ich sollte vielleicht mal Anti-Lag ausmachen, weil er so laut ist. Ich mache das mal aus. Also so kann ich kaum flüchten von den Cops. Weil das Auto so laut ist. Die hören das. Das Gefühl, die wissen ganz genau, dass ich hier bin. Alter, ohne Anti-Lag ist es so angenehm zu zu hören, ne? Ich muss tanken, aber ganz schnell. Autoflur, Marc. Postleitzeiten. Fahr mal da hin. Zu 8, 9, 6. Und dann füllen wir den vor. Hallo. Hallo, was läuft? Bruder, weißt du, wo ich Handschellen herbekomme? Ähm, ja, wenn ihr zum, ähm, zum Schwarzmarkt fahrt. Der ist dort, dort am Schwarzmarkt halt, so Dingsbums. Das können sie mir nachfahren, da müssen sie rechts abbiegen irgendwann. Ähm, wenn ihr da jetzt reinfährt, dort hinten. Ja, ja, da rechts dann rüber und dann habt ihr es. Die muss jetzt weg, tschüss. Da ist wieder Polizei hinten drin, aber ich flüge das Ding jetzt trotzdem, auch wenn das Ding so kaputt ist. Müssen wir auf der Autobahn bleiben, damit ich die los. Nur auf der Autobahn auch ganz gechillt bleiben. Tatsache, das ist ein Autoflowmarkt. Das ist einfach ein Autoflowmarkt und ich hab Cops dabei. Alter, was ist hier los? Hey! Hallo. Karl, hi. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Ja, gerade ist schwer. Da hinten ist Polizei, der mag dich nicht. Ja, aber hier so ein komischer Marschallat. Das ist aber ein bisschen kaputt. Es geht, ich bin vorhin abgehauen, es werden jetzt ganz viele Polizisten kommen. Ja, willst du jetzt mal abhauen? Ja, mein Hüt schon. Ja, ich muss abhauen, aber da muss ich jetzt hier weg eigentlich. Ich muss hier durch. Ich krieg das hin. Glaubt mir, ich hab das Ding getunt. Das hat 1000 PS, ich komm gut weg, aber... Das sind sehr viele. 1000 PS? Ja, der hat 1000 PS, ich bin damit gerade gefahren. Was ist los? Ey, da steht ein weißer Taikan, der hat Hälfte tankt. Steigt ein und gibt Gas. Nee, ich fahr mit dem, der ist schneller als ein Taikan. Meinst du? Ja, aber danke, ich krieg das hin. Ja, ich muss hier durch. Ich hab hier... Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ja, aber ich muss hier durch. Ja, aber ich bin nur hier wegen Dings hier, wegen Treffen. Ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Stehen. Ja! Ja! Auf die Autobahn, komm, geht schon. Das ist viel zu laut. Aber mein Auto ist schon so kaputt, Alter. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Und jetzt durchdrücken. Durchdrücken das Ding. Alter, wie der mithält, der BMW. Ach gut, es ist ein M5. Aber jetzt friss mein Staub. Hä, wie kann der mithalten, der Brie? Mein Glück hab ich den weg. Mein Glück hab. Er ist halt geradeaus, fährt der Wagen super. Aber den Kurven kann ich nicht vergessen. Weil der Kurven einfach immer geradeaus schieben möchte. Wisst ihr, der Wagen ist so hart getunt. Die Vorderreifen drehen dauerhaft durch. Er schiebt halt vorne. Das ist ein richtig großes Problem bei der Hütte. Deshalb, ich muss immer vom Gas runtergehen. Deshalb ich dann nicht so schnell bin wie der da hinten. Aber wenn ich dann mal eine gerade Strecke hab, bin ich weg. Dann sieh ich mich nie mehr wieder. Krass, dass der überhaupt da noch dran ist. Nicht überschlagen. Nicht überschlagen. Ja! Jetzt hätt's mich fast überschlagen. Jetzt hätt ich fast anhalten müssen wegen dem Blöden. Der biegt da einfach ab. So ein Stück Kacki aber auch. Oh, perfekt. Ja, Robert. Das Ding ist halt immer mehr kaputt, ne? Und jetzt über die Gerade. Durchbrettern. Ja. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg, Alter. Ich bin weg, Alter. Ich bin weg, Bruder. Oh. Das war zu viel, Leute. Das war zu viel. Diese Verfolgung war einfach zu viel. Ich muss hier ganz schnell weg. Über alle Berge. Ich hoffe, die finden das Auto hier nicht. Brie. Mein Auto ist komplett total schaden. Ich werde es dann höchstwahrscheinlich jetzt nochmal herrichten, Leute. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, lasst dem Video eine positive Bewertung da. Lasst auf jeden Fall auch kostenlos ein Abo. Da würde mich sehr hart freuen. Wir sehen uns dann wieder zum nächsten Video. Haut rein. Ich verabschiede mich hiermit. Und ein wunderschönes Tschüssikowski. 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 Tschüssikowski.